Willkommen zurück und den hier auch. Tag. Ich kann euch schon mal sagen, nachher werden wir so einen noch im Gruß sehen. In Form eines Hauses. Tada! Okay, ja. Ich bin ein bescheidender Puzzle-Jäger. Ich mache an der Fort... Äh, los! Mir scheint, hast du genug? Was ist denn da los? Tada, du dann! Äh, Puzzle-Jäger. Sei gegrüßt, o Auserwählter. Er hat den Tempel des heiligen Puzzle-Jäger betreten. Trete er vor den goldenen Monolithen. Will er prüfen, ob er wert ist, einzutreten. Okay. So, jetzt müssen wir hier das Puzzle machen. Ich weiß, wie das geht. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Was ist so? Das ist die Ecke. Hab ich gar nicht gesehen. Ah! Das darf mir nicht entgegen. Wie geht's denn? Wie geht's denn? nun geht ihr den Weg weisen ich hab hier immer noch die Anleitung von Banjo Kazooie was ist los Tempel ich hab am Sonntag äh am Sonntag hab ich die letzte Aufnahme gemacht also vor heute mein ich heute hab ich aber mit Banjo Kazooie angefangen mit Banjo Kazooie angefangen und ja am Sonntag war die letzte Aufnahme von Banjo Kazooie die ist die schon wohl dann und ja und heute haben wir Mittwoch ihr werdet dieses Video wohl nächste Woche irgendwann kriegen die erste Welt ist offen für aufgabe 2 hat er nicht genügend Puzzle los wäre er zurück wenn er genügend gesammelt hat Tür zu die Puzzleteile brauchen wir gehen wir in die erste Welt rein gehen wir gehen wir okay oh warte mal warte mal das Telefon warte mach Pause mach Pause mach Pause die die ich weiß gar nicht wer das ist ja aber ich hole es trotzdem mal mit weil ich weiß nicht wer sonst noch anrufen ich kenne gar nicht die Nummer hier kann vielleicht sein dass es wieder der Gast ist er kann möchte den Namen sagen Claudia ja könnte es sein dass die das war aber nein die hat zwar zwei Nummern aber so ok guck mir doch mal wer bist du denn ok das da da steht irgendwas da oben ist irgendeine Zahl da steht doch irgendwas wartet das seht ihr jetzt vielleicht seht ihr vielleicht nicht da oben steht irgendeine graue Zahl wir sind so tüchtig und da unten steht auch irgendwas warte mal ich werde es vielleicht suchen Erfolg mit Nero Erfolg mit Nero Erfolg mit Nero 1 zu 2 ach ja das ok das ist die die DVD das ist ein Waffel finde ein weiteres in dieser Welt und du kannst zwischen ihnen reisen ja das sind wie die wie die Bananenporte aus das ist ja das gibt es doch nicht was ist denn hier los ja das gibt es doch nicht was ist denn hier los ich bin ich bin ich bin ich bin ja okay ich hoffe das hört man jetzt nicht so gut wenn nicht wenn nicht wenn nicht mach ich das selber dann gleich aus dann muss ich mein Handy hier mehr holen dann klingelt das auch noch äh ja auf jeden Fall ist das gut ja keiner kennt die Nummer aus meiner Mama und sonst ne ich mach es nicht aus ja auf zu klingeln ja auf zu klingeln ja auf zu klingeln ja auf zu klingeln ja das tut mir jetzt leid ich muss ja hat es aufgenommen ja ok ok ich guck sagt das aus ausmachen wie geht das aus? wie geht das aus? ja nehmt mal aus ok wir sehen uns dann im nächsten Part nicht ich nehm ja mal jetzt mein Handy ja ja ich weiß nicht wer das war ich hab jetzt hier mein Handy geholt ja mein Smartphone auch mein Smartphone ja mein äh egal so also machen wir mal weiter hier und zwar hier im Wasser ist ein blauer Jinjo da wassert ich geb den Jinjos auch immer Namen die blauen das sind die Wasser Jinjos weil blau ist ja auch das Wasser naja das spiegelt sich eigentlich in den Himmel so das hier sind die Noten ja fünf auf einmal hier wird es einfach ne Mumbo-Platte ein da 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 Hey, bring deine lahmen Knochen her und drücke B. Aha, ist denn das? Ja, das ist der, wo der die ganze Zeit redet. Ausbilder Janjas meldet sich zum Dienst. Ja, der will den Typen an, Daniel. Ja, ja. Sucher. Ein Sucher, der wäre jetzt ganz fein. Dann treffen die Leer auf, fast vorne rein. Drücke C, dann hast du uns. Dann hast du drücke Z und schieb mit Geschick. Okay, weggedreht. Jetzt haben wir schon den ersten Ruf. Und zwar ist das der Sucher. Ihr seht, jetzt haben wir hier so, ja. Und da können wir jetzt, wir können auch. So, und das ist ja gerade schön, dass die so hier. Ja, auf jeden Fall kann man dann hier mit Z schießen. Ja, und dann verstecken wir uns hier mal und wir sehen uns im nächsten Mal. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Hör auf zu flackern. Die Lüde, ein Mann, das gibt es doch nicht.